Herr Lehmann? Ja, Tag Herr Lehmann, hier ist Braun. Ich habe eine große Bitte. Ich muss für zwei Wochen verreisen und wollte Sie fragen, ob Sie so lange auf meine Katze aufpassen können. Auf Ihre Katze? Naja, ich dachte nur, weil Sie doch direkt neben uns wohnen. Ja, aber Entschuldigung, Sie wohnen da mit Ihrer Mutter zusammen. Kann die denn nicht vielleicht so ein bisschen... Naja, schon, aber die ist doch schon ein bisschen alt und es wird dir alles ein bisschen... Ach, wunderbar. Also nur einmal am Tag ein bisschen Futter hinstellen und ich komme nachher vorbei und bringe die Wohnungsschlüssel. Okay. Jedenfalls sieben Tage später rief sie wieder an. Äh, ja, äh, ähm, Lehmann? Ja, äh, Tachi ist Braun. Ich ruf aus München an. Ich wollte nur mal wissen, wie es meiner Katze geht. Ihre Katze ist tot. Wie, wie, wie bitte? Ihre Katze ist tot. Aber wie konnte denn das passieren? Die war doch kerngesund. Na, woher soll ich denn das wissen? Ich bin doch kein Tierarzt. Jedenfalls ist sie tot. Morse tot. Also hätten Sie mir das nicht ein bisschen schonend dabei bringen können? Ein bisschen zart fühlender? Was soll ich denn sagen? Wenn sie tot ist, ist sie tot. Sie hätten doch zum Beispiel sagen können, Ihre Katze, die hat auf dem Dach gespielt und dabei ist sie leider ausgerutscht. Ach so, ja, okay, ja, Entschuldigung. Ja, richtig. Na ja, ist ja schon gut. Und wie geht's meiner Mutter? Oh, wissen Sie, die hat auf dem Dach gespielt. Und dann... ... ... ... ... ... ... ...